Bin ich tot? Scheiße. Boah, okay. Das ist schon ein bisschen heftiger mittlerweile. Aber okay, da werde ich auch keine gute Bewertung jetzt diesmal bekommen. Aber es macht trotzdem richtig, richtig Bock. Also das muss ich schon sagen. Und ich finde die Kämpfe auch wirklich gut ausgedacht. Es ist nicht einfach so, weil eben, ja, raufballern gut ist. Man muss ausweichen, man muss teilweise auf die Hände schießen hier. Äh, ja, das war schon falsch ausgedacht. Okay. Oh, fuck. Okay, dafür ist es ganz gut. Oh, so that's where they're coming from. Oh, okay. Aufs Ei, äh, aufs Ei. Aufs Auge. Puh. Läuft nicht ganz so gut gerade. Es geht. Ja, fuck. Leer. Habe ich noch? Ich habe noch Granaden. Ich glaube, ich glaube, er will noch ein bisschen mehr. Habe ich in die Gesichter. Okay. Ja, komm, eine haben wir noch. Ah, das kriegen wir hin. Auch leer. Scheiße, ich habe nur noch... Ich habe nur noch den haben wir noch. Jetzt müsste er down sein. Ja, ah, William Birkin. So ein bisschen. Das fieh ich zumindest eigentlich, was in William Birkin reingeht. Aber jetzt ausgewachsen ist. What does it stand for? Ich habe keine Idee. Aber wir sollten Sherry erst finden. Du bist richtig. Ich bin ziemlich sicher, dass sie hier noch irgendwo irgendwo ist. Let's go then. Okay. Puh. Okay, das war es schon wieder. Oh, ich denke, einen kriegen wir gleich auf jeden Fall noch hin. Das war jetzt nicht so gut. Ich bin ja zweimal gestorben. Okay, S, C, A und C. Ja, okay, das müsste aber trotzdem ein B bei rauskommen, denke ich. Leider bin ich halt zweimal verreckt. Ja, es ist ein B. Und damit bin ich damit zufrieden. Und wir haben wieder ein bisschen Geld dazu bekommen. Dann können wir gleich mal gucken. Oh, dann können wir uns das riesen Viecher jetzt auch mal eben von Nahen ansehen. Das wäre wie cool. Ah, diese hässlichen Viecher hier. Ah, das wollte ich gar nicht. Mal kurz gucken. Anscheinend zählen die Bossgegner nicht da mit rein, ne? Den kann ich mir nicht angucken. Schade. Filme, ja, den... Ja. Izen. So. Okay. Nichts Neues weiter. Bei den Waffen können wir mal gucken. Ja, jetzt habe ich auch nicht mehr genug Geld. So, Kraft. Ich glaube, die Kraft der Pistole wollen wir mal aufrüsten, ne? Das machen wir mal. Äh, ja. Das machen wir mal. Weil die benutzen wir ja eh am meisten. Deswegen sollten wir die auch aufrüsten. Gut, das haben wir hingekriegt. Dann geht's weiter mit den Chroniken, würde ich sagen. Und dann schauen wir uns noch mal einen Bereich an. Ja... Ah, die Granaten habe ich jetzt ja nicht mehr. Dann können wir die jetzt ja da hinlegen. Genau. Probieren wir die dann mal aus. Gut. Okay. Ich hoffe nur, dass ich da jetzt trotzdem die Granaten aufsammeln kann. Vielleicht nicht unbedingt benutzen, aber dass ich sie zumindest, ähm, dann hier im Inventar habe, wenn ich welche finde. Das wäre schön. Sonst wären die ja einfach verloren. Das wäre ein bisschen schade. Ja, gucken wir mal. Ist ja bisher echt sehr, sehr viel Versprechen, das Ganze. Was ist das? Ne, ist nichts zum Einsammeln. Da liegt was. Okay, eine Maschinenpistole. Gut. So. Ruhe im Karton. Als wenn das der erste Schuss gewesen wäre. Oh, Ada kommt. Dann dürfen wir die ja auch noch spielen wahrscheinlich, wa? Na, cool. Oh. Ja, ich bin gut. Danke. Du hast mir ein paar Blöden geholfen. Ich bin Leon. Das ist Claire. Und du bist? Ada Wong. Hey, du bist hier ein Schuss, richtig? Du kennst einen Ben, Bertolucci? Ich bin für ihn. Entschuldigung, aber ich habe hier eine Anruhe. Was machst du hier? Ben hat Informationen über diese Krise. Welche Informationen? Ich bin nicht sicher genau, aber ich bin hier, um herauszufinden. Hey! Was ist mit ihr? Claire, komm mal. W-warte einen Moment. Nach dir! Ok, das war nicht! Ich bin. Das war... Gute war. W-warte! Hey, warte. Was ist das? Das steht doch so. Oh, nein. Oh, nein, ich habe es befürchtet. Oh, nein, ich dachte, ich glaube, du bist der Exil. Was zur Hölle? Es ist okay. Es weiß nicht, wir sind hier. Ich denke, es ist weg. Warte, ist das Ding der Chef? Keine Idee. Ja, das war Ben. Ja, dann geht doch mal hin. Stehend eine halbe Stunde hier rum und laberend. Was war das denn? Keine Ahnung. Hat jemand geschrien? Ja, gucken wir mal nach. Jo. Das ist das, ey. Okay. Dann erfahren wir jetzt ja wieder ein bisschen was von Ben. Ja. 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 Ich habe mich nämlich auch immer gefragt, wie die damals schon das wussten. Schön interessant. Wie sie denn jetzt die Geschichte jetzt neu aufgewühlt haben. Cool, sehr cool. Was ist denn das인isch? Oh, oh. Vor allem war das Leichchen. Das ist ja ganz was Neues. Ich musste den Controller schütteln. Das wusste ich ja doch gar nicht. Oh, Ruhe im Karton. Oh, Scheiße. Au. Fuck. Das ist jetzt doof gelaufen. Die hab ich zweimal getroffen. Oh Gott. Ja, toll. Arschloch. Oh, ja. Ich wollte eigentlich die Hunde damit treffen. Oh, ja. Das ist gut. Wir müssen weitergehen. Wo muss sie gehen? Sie können nach dem Parkplatz gehen. Das wird uns nach dem Sewer. Los geht's. Warte, Leon. Wenn sie hierher kommen würde, warum würde sie alleine gehen? Es gibt etwas über sie, das mich beeinflusst. Sie will einfach raus, Claire. Sie braucht unsere Hilfe. Oh, Männer. Du willst nur sie empfangen, nicht wahr? Frauen. Das ist ja sehr cool. Ich liebe Seine. Oh, ne, Spinnen, ne? Ja, das wird nie funktionieren. Ich hab gar keine Gift-Dings, ne? Blaues Kraut. Ja, mir auch. Dreh ich um. Nein! Ja, super. Oh, die sind hier noch. Ja, komm, stirb doch. Okay, komm hoch da. Nicht lange überlegen und nicht so lange schleichen vor allem. Ah. Wenn ich nachladen muss, ist das natürlich schlecht. Und da liegt was. Grünes Kraut. Hier links ist ein Speicherraum. Wollen wir noch nicht mal eben rein? Genau. Mir fällt ja gerade ein, dass ich ja noch mehr Waffe hab, ne? Dies Ding. Probier mal gleich mal aus. Bäh. Hunde. Ist ja ekelig. Hunde. Ja. Das ist ziemlich ekelig. Puh. Mhm. Ja. 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 Ich dachte, du könntest das nutzen. Oh, yeah! Oh, was? Ada, warte! Kann ich mal eben... Kann ich mal eben... Darf ich mal eben die Waffen wechseln? Ja, darf ich. Geil. Äh. Das tauschen wir mal eben gegen die, weil die echt scheiße ist. Okay. Das ist gut, dass man das während des Spiels machen darf. Nein. Es ist okay. Wir müssen Sherry finden. Okay. Das ist cool. Ja. Oh, nee! Ich hab doch grad gewechselt. Ja, toll. Wegen so billig Gegnern muss ich jetzt mein erster Hilfe-Spray verschwenden. Ich glaub's ja nicht. Na gut, nützt alles nix. Ja. Ich kann wieder nicht. Verreckt bitte einfach. Kommt ja schon wieder der Boss. Wahrscheinlich, ne? Checkpoint, ja. Oh, da leuchtet was. Da auch. Oh, Pistole. Oh, ich will die Sachen haben. Ja, geil. Au! Okay. Magnum. Ich kann nix tun. Geil. Ja. Habt bedrückt. So. Ja, da war noch was. Vor allem, dass sie noch nachlädt, während sie gerade verreckt, ist ja auch mal geil. Ich bin tot. Also den machen wir auf jeden Fall jetzt noch platt. Bevor wir eine kleine Aufnahmepause einlegen. Aber das ist ja immer wieder herrlich. Ah, schön. Ich hoffe, euch macht dieses Projekt ebenso viel Spaß. Ich find das richtig geil. Ein sehr, sehr schönes Spiel. So. Komm, geh zu. Jetzt wollen wir ihn eben platt machen. Ah, da hinten läuft ja noch was. Ich weiß. Ah, das ist auch wieder da. Schön. Ich bin mir nicht sicher, auf was ich schießen soll. Ich bin mir nicht sicher, auf was ich schießen soll. Auf Auge oder lieber Gesicht? Okay. Okay. So schnell kann ich ja gar nicht. So schnell geht's! It's locked! Let's just run! Shit, what's going on? Okay. Also ich würde ihn wahrscheinlich schaffen, wenn ich noch ein bisschen konzentrierter bin. Mann! Das war aber jetzt echt kurz davor, würde ich sagen. Also da habe ich ihn ja echt fast gehabt. Das kriegen wir beim nächsten Mal jetzt aber hin. So, komm, einen Versuch machen wir noch. Zack. Es wird schwieriger, muss ich ja schon sagen. Aber es ist auch gut, dass es nicht zu einfach ist. Dann lieber so ein paar Szenen, wo man auch mal ein, zwei, dreimal stirbt. Das habe ich ja fast gehabt. Also gut, ich denke mal, ich muss tatsächlich mehr aufs Auge ballern, als auf seinen Kopf. Das habe ich jetzt verstanden. Ups, Entschuldigung. Falscher Knopf. Falscher Knopf. Das wollte ich nicht. Ja, das war gut. Was machen wir? Geh weg von mir! Da habe ich echt richtig geil getroffen. Also richtig gut. Es läuft gerade richtig gut. Ja. Okay. Super. Ja, toll. Okay. Ich muss zum Ausholen warten wahrscheinlich. Ah ja. Nimm die Waffe mit. Okay. Puh. Ah, dieses Mal habe ich ja richtig schlecht gespielt. Zumindest kann ich mich hier erstmal nicht treffen. Der hat seinen Stab verloren gehabt. Ich sehe nichts. Ja, was war das? Oh, er kann mich anscheinend doch hier oben treffen. Ei, 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 ei. Puh. Okay, einen versuchen wir noch. Ansonsten verschieben wir das dann doch auf den nächsten Part. Aber das möchte ich jetzt schon ganz gerne hinkriegen. Komm, das packen wir. Das möchte ich ganz gerne schaffen. Mein Ehrgeiz ist gerade wieder so ein bisschen angekratzt hier. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. So, komm. Will ich es schaffen. Will ich es schaffen, will ich es schaffen, will ich es schaffen. Okay. Puh. Ich muss mit dem Magnum halt öfter treffen. Das ist das Problem. Vielleicht sollte ich die Magnum zum Schluss auch schonen. Ja, drum. Okay, komm her. Ja. 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 Es läuft so gut, ne. Es läuft wirklich nicht gut. Ich dachte es auch noch. Ja. 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 Okay. Okay. Super. Ja, genau. Ja, läuft. Ganz toll. Ach, ich bin schon wieder tot. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, liebe Freunde, dann würde ich sagen, machen wir das im nächsten Part. Ich hoffe, dann läuft es ein bisschen besser. Aber ich hoffe, ihr seid wieder dabei, denn dieses Spiel macht echt Bock. Und wir wollen natürlich wissen, wie es weitergeht. Also, euer Alex sagt tschau, bis zum nächsten Mal. Okay. 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 Okay.